Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, der Oberbulle. Ruhe! Anordnung der Kriminalpolizei. Niemand verlässt das Lokal. Ausweiche vorbereiten. Ausweiche. Euro-Schütze! Schütze! 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 Na, 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 na. Kinder! Mach doch keinen Quatsch! Ach, das dicke Lohmann! 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 Papa, Lohmann! 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 Hurt es! Hat doch keinen Zweck! Kommt doch lieber den Kildanammer da! Recht so! Haarau! Haarau! Ruhe! Seid doch vernünftig! Zurückdreht nach! Zurückdreht! Zurückdreht! Los, los! Ausreisevorzeigen! 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 Herr Hoffmann, die zwei Gerne, die ausgerissen waren, sind in den Lokalengas gefasst worden! Lass die Stühle stehen! Noten! Ausreisebereithalten! Na, wir kennen uns doch schon nicht! Ja, Kf! Fahr zum Alex! Alex! Mensch, und noch kein Handgeld! Kinder, macht keine Geschichte! Hat doch keinen Zweck! Wer keinen Ausweis hat, kommt mit zum Alex! Ich versichere ganz in unserer Unschuldigen! Wirklich! Mensch, quatsch da nicht! Hummel! Hummel! Ruhe! Ausreisebereithalten! Wo steht denn die blaue Mina? Eine nach dem Andern! Nur die Strängel! Heute kommt jeder dran! Ruhe! Ruhe! Na, ruhig, Kinder! Ausreisebereithalten! Wo ist der Ausweis? Aber, Herr Kommissar, ich kann doch nicht ewig meinen Geburtsschein mit mir rumschleppen! Nicht, das geht doch wirklich! Mecker nicht! Nein, Herr Kommissar, das geht gar nicht! Wirklich nicht! Alex! Ich weiß nicht, das geht doch nicht! Ich kotz, nicht an der Bude! Was geht ja? Vielen Dank. Schlechte Arbeit, mein Junge. Hast dich übers Ohr hauen lassen, Alex. Auf Wiedersehen, Willi. Winke, winke. Ach, lass mich. Ja, ja, ja. Der nächste. Feiner Pinkel. Was ist denn? Hat die ihn schon. Na, geh mal lieber auch mit nach Alex. Was denn bitte? Meine Papiere sind doch Ordnung. Weiter. Weiter. Ach, bist du reingefallen. Der nächste. Papiere. Haben wir dich. Alex. Becher. Weiter. Der nächste. Der nächste. Der nächste. Der nächste. Frau. $Go. $Not formed. Teb. Der Kianz, ich hab's versauen, sein, Herr Hauptmann. Jede Nacht die Stänkereien in die Lokale rum. Keiner weiß mehr, wo er einen Augenblick Ruhe hat. Sind doch Hochmenschen. Glauben Sie, und zum Vergnügen schlagen wir uns unsere Nächte um die Ohren? Nee, aber Sie vertreiben mir die Kundschaft. Und den, den Sie suchen, den finden Sie hier doch nicht. Was glauben Sie, was die hier alle für eine Stinkwut auf den Kerl haben, dem Sie jede Nacht die Ratscher verdanken? Und vor allen Dingen, wenn die Ohren auf den Strich gehen, Ihr Schäft, das Geschäft. Aber das kennen Sie mir, ich glaube, Herr Hauptmann. Irgendwo ist in jeder sowas von der Mutter. Und ich kenne manchen schweren Jungen, der nass Augen kriecht, wenn er kleine Kinder spielen sieht. Wenn die die Bestie unter die Finger kriechten, Brennholz würden sie aus dem machen, kann ich Ihnen sagen. Fertig zur Abfahrt, Herr Hauptmann. Tja. Heute hat es Krokodil dran gelaufen müssen. Zwei Wagen. Nur bloß, dass Schränker bleibt. Ist denn schon drei Uhr? Ich will gleich mal nachfragen. Ach, Fräulein, bitte um genaue Zeit. Zwei Uhr achtundfünfzig. Zwei Uhr achtundfünfzig. Zwei Uhr achtundfünfzig. Die Bullen wimmeln heute wieder in den Straßen rum wie die Wanzen. Wo du hinspuckst, da triffst du auf dem Grünen. Nicht mal bei den Mädchen, lassen sie dich in Ruhe. Und die sind auch schon völlig plemplem und haben nichts im Kopf als den Mörder. Die meine, die hat so eine kleine von sechs Jahren. Also jede Nacht habe ich das Vergnügen, dreimal unteres Bett und unteres Kanapet zu kriechen, ob sich da vielleicht der Mörder versteckt hat. Deinem Beruf kannst du nicht mehr nachgehen, weil du dauernd über Kriminale stolperst. Privatleben hast du auch nicht mehr. Ich kann euch sagen, ich habe nicht satt. Neuigkeit. Und bloß der Schränker bleibt. Sie werden doch nicht geschnappt. Den? Ach du, der hat mal in London eine Bank ausgeraubt. Und da hatten ihm die in den Skotlandjagen eine Falle gestellt. Da stand er schon Hände hoch an der Wand geklemmt. Und die Bullen rund um ihn rum. Zwei Sekunden später lagen drei Tote da. Aber er war nicht drunter. Beste Mann zwischen Berlin und Frisco. Seit sechs Jahren suchen sie'n Schuhen. Kriegen ihn aber nicht zu fassen. Kriegen ihn zu fassen? Viele Hunde sind des Hasen tot. Halt's, du Maul! Halt's, du Maul! Das ist ja nicht zu aushalten! Sonst kam er doch immer auf die Minute pünktlich! Na, Gott sei Dank! Endlich! Gott sei Dank! Seid ihr verrückt geworden? Jalousien runter! Meine Herren, ich eröffne die Sitzung. Der Ordnung halber stelle ich fest, dass sämtliche Führer der Ringorganisationen vertreten sind. Ich nehme an, sie sind bevollmächtig, bindende Erklärungen für ihre Organisationen abzugeben. Schön, wir brauchen uns nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten. Wir wissen ja alle, warum wir hier sind. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Es geht nicht mehr länger an, dass wir in keinem Hotel, in keiner Kaschemme, in keinem Konzertcafé und in keiner Privatwohnung mehr vor einem Zugriff der Kriminalpolizei sicher sind. Sehr richtig. Dieser Zustand muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder georderte Verhältnisse bekommen, sonst machen wir Pleite. Die Kassen unserer Organisation sind nächsten erschöpft. Wenn wir nicht die Unterstützungsbeiträge für die Frauen unserer Kollegen, die auf Staatskosten verpflegt werden, in Angriff nehmen wollen, so weiß ich nicht mehr, wo wir die Gelder hernehmen sollen, die wir zur Vorbereitung und Ausführung unserer Pläne benötigen. Außerdem leidet unser Renommee. Die Polizei sucht den Mörder in unseren Kreisen. Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Wenn einer dabei draufgeht, im Beruf gestorben. Schön. Geht in Ordnung. Aber zwischen dem, den die Kriminalpolizei sucht, und zwischen uns, da ziehen wir einen dicken Strich. Da ist Schluss. Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht zu existieren. Die muss weg. Die muss ausgerottet werden. Vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Meine Herren, unsere Mitglieder müssen wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhandnehmende Nervosität der Kriminalpolizei andauernd gestört zu werden. Ich bitte, sich dazu zu äußern, meine Herren. Vererfung der Passkontrolle. Durchsieben der ganzen Stadt. Razzien. Immer neue. Immer schärfere Razzien. Spitzel. Spitzel müssen wir haben. Wir müssen von den Absichten der Polizei beinahe eher verständigt werden als die Polizei selber. Die Weiber müssen sich mehr an die Bullen heranmachen. Wie oft ist einer von uns verschütt gegangen, bloß wenn das Mehl, bei dem er geschlafen hat, an die Polente verpfiffen hat. Jetzt sollen Sie mal die Polente an uns verpfeifen. Jeder Wohnungsinhaber, jeder Hausbesitzer, jeder, der ein Grundstück hat, muss verpflichtet werden, eine peinlich genaue Durchsuchung seines Besitztums nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Wenn man... Wir haben doch unsere Verbindung. Wenn wir einen Artikel in die Zeitungen brächten, dass wir Ringvereine, sozusagen wir organisiert, großen Wert darauf legen, mit diesem Schwein nicht in einen Topf geworfen zu werden. Dass die Polente diesen Kerl ganz woanders suchen sollte als bei uns. Das ist doch gar kein richtiger Ganova. Aber das ist vielleicht ein Mensch, der außerhalb des Zustands, in welchem er tötet, ein harmlos aussehender, gutbürgerlicher Mensch ist, der keiner Fliege was zu Leide tut. Vielleicht spielt er in normalem Zustand mit den Kindern seiner Wirtin Murmeln. Oder er kloppt mit dem Mannesgat. Ohne diese, ich will nicht mal ausdrücken, private Harmlosigkeit bei Mördern, ist es doch gar nicht denkbar, dass ein Mann wie Grossmann, Haarmann, jahrelang Tür an Tür mit anderen Mietsparteien leben konnte, ohne auch nur die Spur eines Verdachtes auf sich zu lenken. Darauf muss man die Aufmerksamkeit des Publikums lenken. Das Publikum muss mitarbeiten. Hören Sie mal bloß auf von der Mitarbeit des Publikums. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Verzeihung, Herr Präsident, Entschuldigung. Aber, weil es doch wirklich wahr ist, zum Teufel noch mal, was haben wir denn bis jetzt von der Mitarbeit des Publikums gehabt? Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Verleumdungen. Sehr richtig. Alarmierung der Mordkommission, wenn ein Schornsteinfeger über den Hof ging. Stimmt. Aber wenn man wirklich mal von den Leuten eine vernünftige Auskunft haben will, dann haben Sie plötzlich von nichts eine Ahnung. Dann können Sie sich durchaus auf nichts mehr besinnen. Mit Arbeit des Publikums. Wo siehst du aus? Ich glaube, Sie übertreiben da ein wenig, Herr Lohmann. Ganz so arg wird das ja doch wohl nicht sein. Doch. Doch, Herr Präsident. Der größte Teil des Publikums, das steht doch noch heute auf dem Standpunkt. Was geht denn das mich an? Dass aber jeder einzelne Mensch vor seinem Gewissen dafür verantwortlich ist, was mit dem ernsten und fremtesten Kind auf der Straße geschieht? Ich glaube, das ist doch der großen Masse noch nicht im entferntesten aufgegangen. Ich habe noch eine Idee. Da hat doch unlängst so eine Zauberkünstler, so eine Tele... Tele... Ich weiß nicht, wie die sich genannt hat. Der so versteckte Groschen so ein Taschentücher gefunden hat. Ich meine, die ausgesetzte Belohnung ist auch viel zu gering. Herr Präsident, ein Vermögen müsste dem Auffinder des Mörders winken. Das ist alles kein neuer Weg. Das ist alles... Zwischt. Na, aber was dann? Sollen wir vielleicht warten, bis die Polizei den Kerl erwischt hat? Die Schwierigkeiten bei der Aufklärung gerade derartiger Verbrechen sind erfahrungsgemäß geradezu ungeheuerlich. Weil Opfer und Täter vielfach nur durch das Moment des Zufalls zusammengeführt worden sind. Die Instinkte des Augenblicks bestimmen den Mörder. Man findet das Opfer, man stellt die Personalien fest, man kriegt heraus, wann es zum letzten Mal lebendig gesehen worden ist und dann... Dann kommt das große Fragezeichen. Die Kinder verschwinden spurlos. Und wenn man sie wiederfindet... Na! Wir wissen ja, wie wir sie gefunden haben. Und der Täter... Es ist eine uns allen bekannte Tatsache, dass solche Verbrecher fast nie eine Spur hinterlassen. Das macht unsere Arbeit so schwer, den Erfolg so selten. Jetzt sind es wirklich acht Monate, dass die Polizei den Mörder sucht. Jetzt kriegen sie ihn nur noch durch den Zufall. Darauf können wir nicht warten. Nein. Bis dahin sind wir verpleite. So war's dann? Wir müssen ihn fahren. Wir müssen ihn fahren. Wir selber. Tja. Das müssen wir. Es gäbe vielleicht noch einen Weg. Über die als Täter in Betracht kommende Person ist zweifellos irgendwo Reizmaterial vorhanden. Er ist doch sicher, als ein schwer pathologischer Mensch schon einmal mit den Behörden im allgemeinen Sinn in Berührung gekommen. Darum müssen alle Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Nervenkliniken und Hirnanstalten zu schärfster Mitarbeit angeeckt werden. Sehr richtig. Speziell über die Leute müssen wir Auskunft bekommen, die als harmlos entlassen wurden, die ihrer ganzen Veranlagung nach aber mit dem Mörder identisch sein könnten. Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Ja gut, aber wie? Wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erregen. Mit einem Wort. Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können. Wer? Wer? Aber solche gibt's doch gar nicht. Wer kann denn da? Wer? 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 Die Bettler. Die Organisation der Bettler. Hosse in Blutwurst. Fui Deibel stinkt der Käse gut. Schwarz seid ihr ihr Ludersch! Mensch, schnarch nicht so, du wächst leise um. 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27. Butterstuhl, lustlos. Barzer Freitag in Braten. Barzer Freitag in Braten. So, jetzt kommen die Höfe dran. Ja, von eins bis achtundachtzig. Der Nächste. Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer eins bis achtundachtzig. Gut. Was kommt jetzt? Hauptstraße neunundachtzig bis... ...hundertsechundneunzig. Hauptstraße neunundachtzig bis hundertsechundneunzig. Mitgliedsnummer? Drei sieben fünfundneunzig. Emil Dusthermann. Drei sieben fünfundneunzig. Du... ...her... ...mann... Emil. Na, Emil. Vielleicht verdienst du dir die fünf Semillen. Unberufen. Tö, tö. Holz anfassen. Tö, tö. Tö. Tö, tö. Tö, tö. Tö, tö. Ich sage den Herrschaft meinen herzlichsten Dank. Dankeschön. 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 Macht die Dankeschön. Als jährlich auch zahlt, v частisch offset, stawsten, Ja? Doch einen. Set. Zwei Cognac, eins. Zwei Cognac, eins. Leere Zigaretten-Schachtel, Marge Ariston, Tüte mit Süßigkeiten, alt leer, ohne Firmenaufgang. Halt, halt, halt. Moment mal. Ariston? Ariston? Was war da doch gleich? Ariston? Ich möchte die Akten Mordsache Marga Perl haben. Dankeschön. Na nur, das habe ich doch schon mal gehört. Das war doch. Das war doch. Das war doch. Hallo. Einig. Ja? Wer ist denn? Ich. Was hast du denn? Na, hör doch mal. Da feucht doch einer. Da. Da hörst du dir nicht. Da. Und jetzt ist er still. Hast du den Mann gesehen, der hier gepfiffen hat? Na ja, ich sehe ihn noch. Heinrich? Ja? Er spricht ein Kind an. Kleines Mädchen. Er geht mit ihr die Straße entlang. Sie laufen doch nach. Und lassen sich nicht mehr aus den Augen. Warum? An dem Tag, wo die kleine Elsie Beckmann ermordet worden ist, da hat ein Mann bei mir einen Luftballon gekauft. Und der Mann hat ein kleines Mädchen bei sich gehabt. Und der Mann hat genauso gepiffen, wie der da drin. Und er hat ein guter mal gehört. Und der Mann ist mir sicher. moins. Ich sehe ihn noch nicht. Und der Mann hat das schmutz-Dachst. Soll er sich im Sinne nicht. Ich sehe ihn noch nicht. Erっぱ west das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aha, da ist es schon. Fand man unweit der Mordstelle an verschiedenen Stellen im Umkreise von 50 Metern drei Zigarettenstumme Marke Ariston. Bitte. Ja, die Zigarettenmarke ist die gleiche, aber der Tisch war doch kein alter Holztisch. Na ja, der kann ja den Brief auch woanders geschrieben haben. Aber... Donnerwetter. Das Fensterbrett. Tim. Moment mal. Holstift. Herrgott, endlich. Also, endlich sind wir auf seiner Spur. Ja. Ja. Was? Sind die wir auf der Spur? Ja. Haben Sie denn... Da ist das Mädchen auf der Straße auf der Spur. Seid doch mal ruhig! Was hast du gesagt? Sie folgen dem Zeichen. Sie lassen ihn keinen Moment aus den Augen. Sie beschatten ihn auf Schritt und Tritt. Sie erailed. der Fl einzige denn. Sie stellen einen in die Abwechslung, Sie kann bei dir stehen... Sie können sich über die Spur. S spanning bis nach der Fläche. Sie können bei ihm das hauen. Sie können bei euch nicht sicherlich! Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, wir gehen weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier raus ist er auf keinen Fall. Wir hätten ihn sonst unbedingt ziehen müssen. Ausgeschlossen. Dann muss er hier im Hof sein. Zurückläuft ist er auch nicht. Verdammt nochmal, irgendwo muss doch der Kerl sein. Vielleicht hat er sich im Haus versteckt. Und wenn er bloß nicht hört mit den Leuten aus den Büros kommen. Wenn uns jetzt durch die Loppen geht. Mensch, da kommen schon die Ersten. Ich steh auf die Straße. Aufpassen, wie die Süßhunde. Herr Zeifel, ich möchte mir bloß eine Frage sagen. Meine Uhr beginnt morgen. König wäre ich fang nicht an. Bei meinem Magenleiden kann ich solche Sache überhaupt nicht sein. Heute war der Chef bei mir im Büro. Mach mal lieber das Licht aus, sonst schöpft er womöglich Verdacht, wenn er nach Hause kommt und zieht, dass hier hell ist. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Vielleicht auf sieben. Er muss aber unbedingt noch drin sein, denn er war bestimmt nicht unter den Leuten, die das Haus bei Büroslos verlassen haben. So. Ja. Na, einen Augenblick mal. Die Bettler haben Unterstützung herbeigeholt und das ganze Haus umstellt. Sie behaupten, dass der Kerr sich im Hause versteckt hat. Hm. Was ist das für ein Haus? Was ist das eigentlich für ein Haus? Ausgesprochenes Bürohaus. Was im Keller ist, weiß ich nicht. Hochpartner ist eine Filiale der städtischen Sparkasse. Vom ersten Stock bis zum fünften sind lauter Büros und darüber ist der Boden. Das ist doch unglaublich. Ist da noch jemand? Hallo? Hallo, hallo? Ist da noch jemand? Geh er noch, Martin. Ist er noch hier? Bummelei war witzige Schweinerei. Ist er noch dämlich in die Tür? Ja. Aha. Scheint also wirklich, dass der Kerl feststeckt. Ich halte es für das Beste, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen. Sehr richtig. So schnell wie möglich. Also, hör mal. Was ist denn los? Hallo. Bleibt mal ein Augenblick am Apparat, ja? Und ruft gleich wieder an. Was ist denn los? Ihr seid wohl verrückt, was? Wieso? Die Polizei? Nee. Den holen wir uns selber. Ja. Pass mal auf. Jetzt ist es, ne? Acht Uhr. Also. Neun. Zehn. Um elf. Guten Abend. Wissen Sie, dass Ihre Tür nicht abgeschlossen ist? Ah nun. Ist doch nicht möglich. Ich hab doch selber... Aber es ist doch... Sofort aufmachen. Und kein Laut. Na? Wirts. Vorwärts. Los. Vorwärts. Los. Vorwärts. Wies. cos. Und ... Wie viele Wächter sind außer Ihnen hier im Haus? Ach, Sie wollen nicht antworten, nein? Schön! Im Haus sind noch zwei Wächter auf Kontrollgang. Ach, Sie wollen nicht antworten, nein? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben alles durch Stöber und nix gefunden. Fried und Wanderaujus durch Suche noch Gehaltsanlagen. Halt mal! Das ist der Letzter. Immer auf zur E-Mail. Der braucht doch hier. Los, los, los. Der Schränker schickt mich. Gut. Pass mal auf. Das ist eine neue Konstruktion von Kontrolluhren. Und da ist der Plan zu ihrer Bedienung. Und wenn die nicht auf die Minute genau gestochen werden, gibt's automatisch Alarm auf der nächsten Polizeiwache. Verstehst du? Aha. So. Hast du was kapiert? Tschöner, hören mal. Ich bin doch keine Dussel. Na. In der Heizung und im Kohlenkeller ist er bestimmt auch nicht. So. Den ganzen Koks haben wir durcheinander geschmissen. Hallo. Du bist wohl böse nicht geworden, was? Und wenn die Türen gesichert sind, hä, was dann? Wollt ihr fünf Minuten die Polizei auf dem Hals haben? Ja, wir müssen doch hier rein, wenn das ganze Haus systematisch durchsucht werden soll. Aber doch nicht durch die Tür, du Idiot. Durchs Büro im ersten Stock. Und geh durch die Decke. Nichts! Nichts! Untertitelung des ZDF, 2020 So, ab der Fuget. 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 Sagen Sie mal, ist Kommissar Lohmann im Hause? Ach so, er spricht gerade. Nein, 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 ist nicht nötig, danke schön. Ich komme selbst da rüber. Was? So, noch nicht nach Hause gekommen. Na, habt ihr auch auf die Olle, auf die Winkel aufgepasst? Nein. Nein! Ja, ich. Komm doch rein. Also hört mal, der Block ist noch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Also, weiter warten. Wenn es was Neues gibt, ich bleibe hier im Präsidium. Kutzen. Was willst du denn? Ich möchte dich um eine... ...meine Gefälligkeit bitten. Ach, nimm durch, gehst das mal wieder. Ich möchte dich bitten... Na, siehst du mal das erst durch. Doppel? Ja. Einbruch in ein Bürohaus. Hedno-Straße? Domme, ganz ordentliche Gegend. Geint mir doch nicht so ganz ordentlich zu sein. Doppel, das wird ernsthaft. Na, wat denn? Wollen die das ganze Haus ausräumen? Nu, wat haben die denn mit manken Koks gesucht? Ist ja doll. Ist ja nicht zu glauben. Na, sowas... Das ist ja ein Stück aus dem Tollhaus. Ach so. Auf die Sparkasse hatten Sie es abgesehen. Gott, steh mir bei. Was soll denn das heißen? Also, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Nicht mal angeknabbert haben Sie die Dinger? Das muss ja eine Herde von Idioten gewesen sein. Na, wett mal noch mal. Na, ist das ein Ding? Nicht gestohlen. Aber ein Mensch verschleppt. Gott weiß wohin. Doll. Na, Franz? Hält's Maul. Hat natürlich Angst. Na, den Jungen kenn ich. Er gehört zu der Sorte Eindreicher, die lieber aus dem fünften Stock springen, als in eine Mordsache verwickelt werden. Wenn wir den... von der Seite packen könnten. Roman, wenn du mir dabei helfen wolltest. Nachtigalle? Ich hör dir laufen. Na, dann werden wir uns den Franz mal kommen lassen. Zum Verhör. Na, nun. Vier Mann hoch. Was soll denn das heißen? Vorwärts. Ja. Mordbereitschaftsdienst? Leiter... Leiter... Kommissar... Karl Lohmann? Ja, was hab ich denn mit Ihnen? Ja, was hab ich denn mit der Mordkommission zu tun? Ja, mein Junge? Die Sache ist jetzt mir übertragen worden. Ja. Aber wieso denn? Ihr habt eure Arbeit um ein paar Grade zu gut gemacht. Er... Der eine Wächter? Tot? Beihilfe zum Mord. Das ist eine hässliche Sache, Franz. Herr Kommissar... Da mach ich nicht mehr mit. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich sag jetzt alles. Alles, was ich weiß. Sehr vernünftig, aber leider zu spät. Herr Kommissar, das darf doch nicht zu spät sein, Herr Kommissar. Das darf nicht zu spät sein. Ich will dir alles sagen. Alles. Auch, was wir in dem verdammten Haus da gesucht haben. Na? Den Kindermörder. Was? Wen? Den Kindermörder, Herr Kommissar. Wir haben einen Moment. Wir haben einen Moment, Herr Kommissar. Wir gehen uns an. Ausgerechnet mir muss das passieren. Jetzt setz dich weiter her, mein Junge. So, jetzt wollen wir mal Tafels miteinander reden. Verstanden? Jawohl, Herr Kommissar. Und gnade dir Gott, wenn du mich anschwindelst. Also los. Was habt ihr mit dem Mörder zu tun? Und wohin ist der Mann verschleppt worden? Also, Herr Kommissar, Sie kennen doch die alte Schnapsfabrik von Kunze und Levi. Die in der Inflation Pleite gemacht haben. Jawohl. Und seit der Zeit steht das Ding nun leer und es kümmert sich kein Mensch mehr darum. an. Mit dem jetzt, Herr Kommissar rufe. Hier müssen Sie schmonzen Was haben wir euch denn gesagt? Loslassen! Schweinehunde! Lass! Schweinehunde! Was? Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von... Hilfe! Hilfe! Lass mich raus! Lass mich raus! Ich will ihn raus! Ich will ihn raus! Lass mich doch raus! Hier kommst du nicht mehr raus! Aber, meine Herren, ich bitte Sie! Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen! Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch frei! Das Ganze muss doch ein Irrtum sein! Ein Irrtum! Oh nein! Kein Irrtum! Ausgeschlossen! Das ist kein Irrtum! Nein, nein! Kein Irrtum! Kennen Sie das? So'n Ballon hast du doch der kleinen Elsie Beckmann geschenkt! So'n Ballon! Elsie! 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 Nein! 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 Wo hast du dich keine wacher Berl verscharrt, du Hund? Aber... Aber die hab' ich ja... Die hab' ich ja gar nicht gekannt! Ach! Die hast du gar nicht gekannt! Die auch nicht, was? Was? Und die? Und die hast du auch nicht gekannt! Was? Er wird weg! Er wird weg! Er wird weg! Er wird nicht raus! Achtung, die Tür! Ach! Er wird weg! Ach! Nimmst du auch? Ich bin nicht schrecklich! Die haben sie recht. Man dachte mir, Dich... Nimmst du einfach nur noch nicht schön mit. Nimmst du einfach nicht gut? Nimmst du einfach auch nicht so gut? Nimmst du einfach nicht so gut? Nimmst du schnell... Er wird nicht so gut. Wir haben Recht, mich hier festzuhalten! Wir haben Recht, mich hier festzuhalten! Recht! Gegen Fehler wie dich gibt's nur ein Recht! Totschlagen! Totschlagen! Jawohl! Totschlagen mit seinen Hunden! Halt machen den Hunden! Das tut! Du hast da was von Recht gesprochen. Dir soll dein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von sechs Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger! Verteidiger! Ich brauch keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht! Ihr! Sie! Ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass sie Ihnen nicht viel nützen wird. Wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist. Aber ihr könnt doch nicht deine nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor ein arbeitsliches Gericht stellt! Der ist wichtig! Das könnte mir so passen, mein Junge! Ausgerechnet! Damit du dich auf den Paragraf 51 berufst und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus und es kommt eine Amnestie und du, vergnügt, mit dem Jagdschein kann er ja nicht passieren, bist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Du gehst wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los! Davon wollen wir nicht mehr wissen! Jawohl! Du musst unschädlich gemacht werden! Du musst weg! Raus! Aber ich kann doch nichts dafür! Ich kann... Ich kann doch... Ich kann doch nichts dafür! Das kennen wir! Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür! Was weißt denn du? Was redest denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander? Verbrecher? Verbrecher! Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt, oder Fassaden klettern, oder Karten zinken. Lauter Sachen denk ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was ordentliches gelernt hättet, oder wenn ihr arbeitet, oder wenn ihr nicht so faules Schweine wärt. Aber ich... Kann ich denn... Kann ich denn anders? Hab ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer! Die Stimme! Die Qual! Du willst dafür damit sagen, dass du morden musst? Immer... Immer muss ich durch Straßen gehen, und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber! Und verfolgt mich! Lautlos! Aber ich höre es doch! Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon! Von mir selber davonlaufen! Aber ich kann nicht! Kann mir nicht entkommen! Muss! Muss den Weg gehen, den es mich jagt! Muss rennen! Rennen! Endlose Straßen! Ich will weg! Ich will weg! Und mit mir rennen die Gespenster! Und Müttern! Und Kinder! Die gehen nie mehr weg! Die sind immer da! Immer! 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 Nur nicht, wenn ich's tue, wenn ich... dann weiß ich von nichts mehr! Dann... dann steh ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese und lese... das habe ich getan! Aber ich weiß doch von gar nichts! Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn? Wie sie mir aussieht? Wie es... schreit! Und brüllt da ihnen! Wie ich's tun muss! Will nicht! Muss! Will nicht! Muss! Und dann... schreit eine Stimme! Und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! 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 Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann! Das heißt also, dass er morden muss! Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen! Bravo! Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schadenfeuer! Bravo! Dieser Mensch muss ausgerottet werden! Dieser Mensch muss weg! Bravo! Bravo! Ich bitte ums Wort. Das Wort hat euer Verteidiger. Mein sehr geschätzter Vorredner, der... Und wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in drei Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. Hab behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handelt, spreche ihm das Todeshof frei. Ja, was ist das? Wer irrt sich? Gerade in das Moment des Zwangs spricht meinen Klienten frei. Du Hauwart, Mensch. Das ist mal verrückt, du besoffenes... Ein verbranendes Moment des Zwangs enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun. Und wer etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen. Das ist ja lächerlich. Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass am Leben bleiben soll. Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einem kranken Menschen übergibt man nicht den Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Irrenäuser? Na, was geschieht, wenn er ausbricht aus dem Irrenhaus? Ja, oder hat der Heil entlassen wird? Und eines schönen Tages fängt das Morden müssen wieder von vorne an? Wieder monatelange Hetzjahre. Wieder Paragraf 51. Wieder Irrenhaus. Wieder ausbrechen oder entlassen werden. Und wieder Morden müssen. Und das geht ja nicht in alle Ewigkeit so weiter? Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht. Auch nicht der Staat. Und Sie schon gar nicht. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein. Du hast keine Kinder gehabt, nicht? Na also, da hast du aber noch kein Kind verloren. Na ja, schade, Kopfdruck. Wenn du aber wissen willst, wie denn es ist, wenn einem so ein Kindchen genommen wird. Denn vor war der Eltern, denen der da ihre Kinder genommen hat. Frase mal nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war. Und denen später, wo sie endlich wussten, was los war. War doch die Mütter! Echt, das ist nicht! Die Mütter sollst du fragen! Was darfst du denn, dass du von den Müttern die Gnade für den Mörder ihrer Kinder erlangen wirst? Die Frau hat Recht aufzurechnen. Keine Gnade für den Mörder! Keine Gnade! Nieder mit der Mütter! Sag den Tod, den Hund! Abt Kiel, die Bestie! Todschlag! Bringt das hier an! Tod! Umbringe! Todschlag! Todschlag! Lass mit ihm! Bringt ihm die Bestie! Todschlag! 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 Lassen Sie mich nicht niederstreich von euch! Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord vergangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen... Das ist ja kein Mensch! ...dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteil wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Darauf warten wir! Ich verlange, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird. Ausgerechnet Polizei! Ausgerechnet Polizei! Ausgerechnet Polizei! Ausgerechnet Polizei! Im Namen des Gesetzes. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss eben noch besser auf die Kinder Acht geben. Ihr!